Und damit herzlich willkommen zu Zurück bei einer neuen Folge mit Galaxy-Fan, mitten von mir, bei natürlich Galaxy-Fan, Hallöle, Grüße miteinander und ein herzliches Willkommen hier zurück an dieser Stelle. Warum auch immer ich jetzt gerade meine Begrüßungen nochmal umgeändert habe, ich habe gerade keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich sehr spontan entstanden. Aber ich denke, ich werde es einfach so machen. Ein auch interessantes Bild hier, Paragran-Angriffsjäger greift einen kathassianischen Frachter an. Und hier noch einen kathassianischen Disruptor-Strahl hier. Finde ich sehr interessant. Ähm, ich denke, ich werde es immer so machen, dass ich... Ich erinnere mich, dass wir hier was hatten. Einen Angriff. So, der 6. Org will eine Handelsallianz. Das nehmen wir doch mal an. Und ich würde jetzt tatsächlich nochmal kurz in die... Dings gehen. Sounds. Dialog. Effekt. Na, das soll so bleiben. Effekte vielleicht ein bisschen runterdrehen. So. Aber dann sind die auch ein bisschen zu leise. So sollte das jetzt sein. So. Bumm, bumm, bumm. Ha. Aber der Frachter... Ne, nicht der Frachter. Das Schlachtschiff geht rauf. Ja, okay. Das ist zu spät. Alles klar. Okay. All sections report. Ich würde mal fast sagen. All sections ready. Ah. Prometheus-Klasse ist fertig. So. Prometheus, da bist du. Und Santiago. Äh, Santiago. Nicht Santiago, sondern Santiago. Und da ist die Prometheus. Assault Run, Phaser Overcharge, Warp Field oder Multi-Vector Assault Mode. Dann nehmen wir natürlich den da mit. So. Und kommt mal her, bitte. So. Research complete. Die Sterbenbasis steht. Das ist gut. Warp Speed. Das ist Catherine. Das freut mich sehr. Und wir können immer noch ein bisschen was bauen. Das freut... Das freut... Das freut... Das freut... Das freut mich auch. Und... Ah, der Akira ist fertig. Juhu. Okay, gut. Dann bauen wir noch mal ein paar Akiras. So. Haben wir hier vielleicht eine zweite Werft? Nee, natürlich nicht. Enemy engaged. Enemy engaged. Ja. Wo engaged er hier denn? Äh, warte mal. Ah. Stimmt ja, ich kann hier auch noch mal ein bisschen was bauen. So. Elf Schiffe. Warte mal. Warte mal. So. Ich glaube, so habe ich es gemacht. So. Ah. Hier sind immer noch Tuliane. We write power. Ah. Und da ist die Voyager. verfördert worden. Ah, nee. Miranda. Miranda Corvette. Warp Signatures detected. Alter Kurs. Sienna. Ah. Das ist der Konvoi. Keine Sorge. Alles gut. So. Torpedo Upgrade ist fertig. So. Ich muss gerade mal gucken, wo wir denn stehen geblieben waren. Ich denke, es wird Zeit. Jean-Luc Picard und seine Servition. Alert the crew. Ja. Und wir verkaufen wieder ein bisschen. All hands to battle stations. 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 All hands to battle station was successful. What? Ah. Krass. Okay. Wir haben den Planeten kolonisiert. Gut. Dann haben wir schon mal ein gutes Standbein den Romulanern gegenüber. Dass wir die ein bisschen kaputt machen. So. Okay. So. So. Ja. Ich stelle mich ein bisschen besser mit den Klingonen. So. Dann stehe ich jetzt mit denen besser als mit den Kadassianen. Stimmt ja. Nicht das Dominion, sondern die Kadassianer. So. Dann einmal hier ausbauen. Unable to comply. Unable to comply. Ja. Dankeschön. So. Dann einmal eine Werft. Eine kleine. Ah. Cool. Ah. Ist das ein L? Ne. Das ist ein normaler. Krass. Okay. Gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ah. Hier fehlen uns noch drei. Alles klar. Ja. Moin. Okay. Hier kann man nichts machen. Moment. Hier kann man nichts machen. Hier kann man... Ah. Hier kommt auch noch was. Jupiter. So. Dann hätten wir schon mal auch eine Erweiterung bei... Dem... Diplomatie... Zeugs. 16 und 31. Cultural understanding. Earned loyalty. Na komm. Machen wir das mal. Okay. So kommen wir... Na komm. Listening posten. Das brauche ich auch. Definitiv. So. Und dann machen wir das voll. Dann machen wir das und das. Ah. Käm es. Ah. Hier oben. So. Crew standing by. Einmal die Curry noch bereit machen. So. Research. Complete. Und ihr fliegt bitte hier runter. Set a course. Eine Curry muss noch gebaut werden. Und dann ist die Flut hier auch fertig. We await your command. We await your command. We await your command. Aber. Ja. Okay. Wenn sie bei Cianas sind, dann können sie schnell zu den anderen fliegen. Das sollte nicht das große Problem sein. So. Unser nächstes Ziel sind die Herojin. Und da wird gerade eine Schiffswerft gebaut. Das ist gut. Warte mal. Ein Wasser da ist leider nicht. Research. Ach stimmt. Der Cavium wurde befördert. Applative Generators. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Crew standing by. So. Wenn wir das nächste Mal Kolonisationen leveln, dann bekommen wir zwei freie Konstruktionsschiffe, die hier ein bisschen mithelfen. So. Jetzt ist aber die Flotte fertig. Hä? Wieso sieben? Egal. So. Äh. Ne. Der war hier bei den Kreuzern. Genau. Hä? Wieso habe ich jetzt mehr? Warte mal. Habe ich hier irgendwas erforscht? Oder gefunden? Ich kann mir das gerade nicht erklären. Engage Engines. So. Ich halte jetzt mal die Shift-Taste gedrückt, also die Großschreibtaste. So. Die sollen sich alle zusammen bewegen. Welches Schiff ist es? Ja. Standing by. Warte mal. Die Pum. Standing by. Die Pum. Die Prometheus soll mal kurz. Ah. Armed and ready. Armed and ready. Standing by. So. Jetzt also. We read you. Jetzt ist die Prometheus auch in der Flasche. So. Und ihr bildet mal die Flotte. Zwei. Fleet Control Complex. Flotten. Flotten. Kontroll. Ah. Flotten. Kontroll. Ah. Ich kann Ressourcen. Maximum. Perfekt. Okay. Gut. Dann würde ich einmal das machen. Für die Sternenbasis. Ah. Titan. Also. Ist das schon. Dreadnought. Unser Großkampf. Station complete. Und ich würde jetzt tatsächlich mal sagen. Ihr kümmert mich jetzt mal um die Panzerung. Weil um die habe ich mich gar nicht gekümmert. So. Dann hätten wir die jetzt auch erforscht. Wir haben einiges. Ah ja. So. Du machst dich mal hier ran. All crew stand ready. Und ihr macht euch auch bereit zum abdocken. Weißt du was? Wo wir gerade dabei sind. Würde ich jetzt doch mal ganz gerne wieder. Ein paar mehr. Plätze für meine Flotte haben. Wo ich gerade meine Flotte ausgebaut habe. Aber man kann die nie genug haben. So. Wie steht es denn momentan? Dann. Was hat der Nugger? Research complete. Horta Mining Colonies. Black Mung. Dreadnought. Research complete. So. Damit hätten wir schon mal den Dreadnought fertig erforscht. Ähm. Irgendwas habe ich doch. Ach. Nee. Der Fenster. Und Korbomit Reflektor. Das finde ich auch cool. So. Dass man den Korbomit Reflektor für. Für die Sterbenbasis entwickeln kann. Das finde ich so krass. Engineering. Give me all the power you can manage. Warp Speed. So. Und der. Dings kann sich auch langsam bereit machen. So. Und direkt hier hin fliegen. Nicht beirren lassen. Activated. Nicht beirren lassen. Acknowledge Starfleet. Nicht beirren lassen. Research complete. Diplomatische Immunität. We await your command. We await your command. Okay. Ich sollte mich von der Holostation. Research complete. So. Wer schießt hier? Ah die. Oh. Da war ich glaube ich ein bisschen zu nah an dem Dings dran. An dem Mikrofon. So. Die Schiffe feuern zwar. Aber ich vertraue darauf, dass wir den. Research complete. Schnell wie möglich kaputt machen. Bring engines to full. Und. Feuer. Feuer at will. So. Standing by. Damit Randy Eroge. Changing heading. Crew standing by. Lock phasers. Und jetzt wieder Auto feuern. Anlauf. Research complete. Complete. So. Armed and ready. Bring us in a weapons ring. Angreifen. Sofort. Alter. Warp signature is detected. Red alert. Enemy vessels engaged. Embassy. Standing by. Alter. Oh. Verdammt. Oh oh. Äh. Das war doch gerade der Tetrae Impuls Instructor. Äh. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Ich verliere gerade den Kampf glaube ich. Research complete. Nein. Red alert. Enemy vessels engaged. Ähm. Cool down. Die feinen Voyager. Was macht ihr? Die feinen Voyager. Was macht ihr? Was macht ihr? Warum? Form signature is detected. Äh. Hallo? Miranda Corps standing by. Ähm. Shit. Shit. Oh oh. Die Romulaner greifen an. Okay. Dann müssen wir uns von hier zurückziehen. Dann müssen wir uns von hier zurückziehen. Shit. Daran habe ich gerade überhaupt nicht gedacht. Ja gut. Ähm. So. Acknowledged Starfleet. Unable to comply. By another entity's ability? What the fuck dude? Red alert. Enemy vessels engaged. Dann können wir das hier vergessen. Altering course. Standing by. Standing by. So. Zurückziehen. Sofort zurückziehen. Sofort zurückziehen. Das. Den Kampf können wir nicht gewinnen. Oder? Obwohl? Ne. Ne. Ich will es nicht darauf anlegen. Ich will es nicht darauf anlegen. So. Ich würde jetzt aber ganz gerne die Nebula erforschen. Warte mal. Ah. Da da. Hä? What the hell? Warte mal. Diplomatic function. Diplomatic immunity. Warte mal. Können wir hier eventuell noch. Ne. Dings errichten. Okay. Die Excelsior werden wir verlieren. Verwaltende Koordnungen. Gib die Worte. Oh. Da haben sie eine Excelsior komplett gemacht. Ah. Die Saber. Die können sie von mir erst haben. Okay. Ich habe mir jetzt eventuell doch noch eine Verteidigungslinie zu errichten. Engaged. Das wäre ja lustig, wenn wir das jetzt doch noch halten könnten irgendwie. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Alter, die ist kaputt. Mann. War das verhandelt? Weißt du was? Ich versuche es. Ich versuche es jetzt mal mit der. Alter. Ah. Mann. Ich schaffe es einfach nicht. What the hell? Okay. Die Romulana wollen es wohl darauf anlegen. Okay. Ich werde gleich meinen Envoy verlieren. So. Alter Kurs. An zwei Fronten. Alter. Oh. Der ist fertig. Der ist fertig. Alter. Der ist tatsächlich fertig. Wartig. So. Die greifen die Schiffswerft an. Engaged. Ich glaube... Oh ja. So. Könnt ihr euch hier reparieren? Ne. Hier ist nur eine große. Verdammt. Ach. Quatsch. Reparatur werft. Warte. So. Und wo ich gerade daran erinnert werde... Verteidigung Linie. Ah. Ihr erinnert euch an mich. Das ist schön. So. New heading confirmed. So. So. Klingon. Was wollt ihr? Ah. Handelsallianz. Ist akzeptiert. So. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob wir hier was reißen können. Wir probieren es einfach. So. Divert Power to Weapons. Die Werft ist tatsächlich fertig. Polaris. Ich bin echt mal gespannt. So. Moment, boys. Bitte teilen. Station complete. All hands to battle stations. Station complete. Aber bei der Masse haben wir... Fire all weapons. Naja. Wenn wir es eigentlich geschickt anstellen, dann könnten wir theoretisch dann die Flotte dezimieren. Bring all weapons to bear. Dann könnten wir eventuell doch noch... Dann könnten wir eventuell doch noch... Fire all weapons. Red alert. Enemy vessels engaged. Okay. Ich habe jetzt schon Schiffe verloren. Acknowledge Starfleet. Station complete. Ah. Was bauen wir denn nach? Station complete. Curries. Hier ein paar Defines. Und Intrepids. So. Our planet is under attack. All sections report. Nein. Das wird man verlieren. Engage engines. Engage engines. Warte mal. Warte. Station complete. Ein White Wing? Okay. Hier heißt es. Rettet sich bekannt. All sections ready. We await your command. So. Alter course. Und ich glaube, die Saratoga wird das nicht überstehen. All hands to battle stations. Ja. Ja. Die sind einfach... Enemy engaged. Ja. Nee. Oder? Standing by. Nein. Dieser Saratoga wurde zerstört. Selbst zerstört. Nee. Okay. Dann doch nicht. Alles klar. Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt doch nochmal irgendwie nachbauen. Ach ja. Wo ich jetzt hier gerade bin. Torpedo. Warte mal. Warp signature is detected. So. All crews stand ready. What the hell? Was machen die Romulaner hier? Was machen die Romulaner hier? Unable to comply. What the hell? Unable to comply. Okay. Flotte. Sofort ausrücken. Sofort ausrücken. Ahead full. Wir brauchen euch. Weil was hier Commander Donatra macht, das geht hier mal gar nicht. Passive Regeneration disabled. Red alert. Enemy vessels engaged. Die Flotte kommt jetzt von hier. Ah. Aber den Sub-Rom... Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hier eine Abballung. Nee. Give me all the power you can manage. Warp speed. Warpgeschwindigkeit. Station complete. Äh. Hab ich. Station complete. Engage target. Commander Donatra aufhalten. Weil die darf nicht entkommen. Sie darf nicht entkommen. Alternativ einfach. Ein Fallschirm. All sections report. So. Meine Lieben. Station complete. Warp signatures detected. Warp signatures detected. Unable to comply. Ah. Ich kann es auf ein Schiff ausrichten. Krass. Okay. Ah. All crews stand ready. Verdammt. Egal. All hands to battle stations. Hossettlust. Enemy vessels engaged. Illuin. Na egal. So. Das war ein verzweifelter Angriff. Äh. Das sehe ich ein. Warte mal. Ach stimmt ja. Polaris. In Auftrag geben. So. Dann. Äh. Ich glaube wir haben eine Prometheus verloren. Hier ist ein Klingonen. Oh. Status report. Prepare the docking base. Red alert. Enemy vessels engaged. Die Klingonen haben tatsächlich einen Waffenstillstand mit mir akzeptiert. Juhu. Okay. All hands to battle stations. A head full. Beide Flotten mal bitte. Hahaha. Eine Akira. Ist fast kaputt. All hands to battle stations. So. Schöproduktion. Warpspeed now. Station complete. Take us out of here. Warp 9. So. Und hier sind auch noch ein paar Schiffe in Produktion. Das ist gut. Warte mal. So. Stimmt ja. Das ist ein L-Planet. Unable to comply. Aber dementsprechend groß. Ja. Torpete. Standing by. Nein. So. Prepare the docking base. Laser an den Seiten. Yellow alert. Activated. Station complete. So. Jetzt können wir auch schon wieder keine Avalon. Station complete. Die braucht man nicht. Die braucht man nicht. Die braucht man nicht. Battle stations. Battle stations. So. Und jetzt noch ein paar Torpedowerfer. Und ein Phaser. So. Dann dürften wir so gegen alles, so ziemlich alles vorbereitet sein. Was machst du denn hier? Hallo? Was machst denn du da? Ich klub's ja nicht. Sauerei. So. Wie sieht's mit der Polaris aus? Zur Hälfte fertig. Das ist gut. So. Schiffsproduktion bei Chemis ist vollständig. Das ist gut. Station complete. Aber ich würde da noch eine Akira und eine Defiant noch bauen. So. Ahead full. Ja. Einmal Paragines und runter mit euch. So. Wo kann man hier seine Werte vergleichen? Wo war das nochmal? Wo war das? Wo war das? Wo war die Musik hat. Wo war das. sopr Abweil tre Kolars? Untertitelung des ZDF, 2020